Und hier geht es weiter mit Breaking News bei Pearl TV, mit einer wichtigen Nachricht, das können wir wieder sagen, denn einer unserer Bestseller, auf den Moment haben wir lange gewartet, ist endlich wieder lieferbar. Es geht um die perfekte Alternative, beziehungsweise die Revolution des Fernsehschauens, dazu gleich mehr. Aber die Vorbestellisten waren so lang, dass wir jetzt sagen können, ist sofort lieferbar, aber nicht mehr lange. Und dann ist auch diese Lieferung, weil es so vielfältig vorbestellt war, wieder ausverkauft. Die nächste Lieferung wird dann erst wieder kurz vor Weihnachten erwartet. Deshalb heißt es jetzt für alle zugreifen. Und Carsten, ich übertreibe nicht, wenn ich wirklich von der Revolution des Fernsehschauens spreche, oder? Wir haben wirklich in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren recht wenig Revolutionen gehabt. Für mich war eine absolute Revolution damals der Übergang von analogen Medien auf die CD, also auf digitale Speichermedien. Und dann natürlich einige Jahre später der Übergang auf die Flachbildschirme. Mensch, was sah das klasse aus. Von so einem Röhrenfernseher kommend auf so einen schönen flachen Bildschirm, den man auch noch an die Wand hängen konnte, schon fast ein Stück weit wie Science Fiction. Das Problem ist nur, dass so ein schöner Fernseher, so toll und so groß und so hochauflösend, wie er auch sein mag, eigentlich immer nur an einer und der gleichen Stelle hängt. Wahrscheinlich bei Ihnen im Wohnzimmer entweder aufgestellt auf die Füße oder an der Wand platziert, muss man den dann entsprechend bei Temperaturen um die 28 Grad und so einer leicht stickigen Luft im Wohnzimmer eigentlich immer genau an dieser einen Stelle nutzen. Was aber, wenn Sie gerne mal draußen sitzen möchten mit Freunden oder Bekannten beim Grillen mal einen schönen Film schauen möchten oder ein Sportereignis. Und wir hatten ja nun wirklich in den letzten Wochen einige Sportereignisse und bald geht's dann also auch schon wieder los. Der Ball rollt wieder in den deutschen Stadien. Was, wenn Sie mal einfach in der Badewanne mal Ihre Lieblingsserie schauen möchten oder einfach mal abends im Bett vielleicht noch mal ganz entspannt an Ihrer Lieblingsserie noch mal was gucken wollen. Dann brauchen Sie einen Monitor, der im besten Fall mit Ihnen mitwandert und genau so einen Monitor haben wir jetzt hier. Es ist ein moderner Streaming-Bildschirm, der akkubetrieben ist mit locker mal 10 Stunden Akkuleistung. Ich darf anmerken, da kannst du also auch mal ganz entspannt auch mal eine lange, eine lange Seriennacht oder sogar mal alle drei Teile Herderinge hintereinander schauen, wenn du das möchtest, ohne ein einziges Mal ans Aufladen zu denken. Theoretisch gesehen ist es aber eigentlich nichts anderes als ein moderner Computerbildschirm. Manch einer sagt doch bei uns in der Firma, es ist ein großer Tablet-Computer. Und wenn ich sage groß, dann meine ich das auch so. Der hat 32 Zoll, das sind fast 82 Zentimeter in der Bildschirmdiagonale. Hochauflösender Bildausschnitt mit allem, was man sich vorstellen kann. Sie sehen das schon hier, deswegen zeige ich es Ihnen. Sie können natürlich Ihren Bildschirm jederzeit ganz einfach individualisieren mit Programmen Ihrer Wahl. Beispielsweise, und da sind wir beim gerade angesprochenen Fernsehprogramm, einfach mal die Streaming-Dienste der Öffentlich-Rechtlichen. Beispielsweise hier, was haben wir hier? Daten, jawohl. Da sagen wir nein, das wollen wir nicht. So, Moment, was hat er jetzt? So, gucken wir mal. So was eben ganz einfach mal. Verschiedenste Serien, verschiedenste Repertagen. Gucken den Tatort, den Sie vielleicht am Sonntagabend verpasst haben, weil Sie vielleicht dann doch irgendwo essen waren oder vielleicht irgendwo entspannt mit Freunden draußen gesessen haben. Das gucken Sie jetzt ganz einfach mal mobil hier in dieser Variante. Und Sie sehen das wie hervorragend das funktioniert. Moderne Spielfilme, die man hier heutzutage in den Streaming-Diensten findet. Ganz einfach, wie auch vielleicht unterwegs auf einem Smartphone. Nur ich darf anmerken, ein Smartphone hat vielleicht vier, fünf Zoll Diagonale. Hier reden wir von 32. Das ist schon wirklich eine richtige Fernsehgröße. Und egal, was Sie machen möchten, Sie können es tun. Wenn Sie vielleicht auch einfach nur mal ganz entspannt irgendwo mit Freunden sitzen und mal im Hintergrund mal ein bisschen Gemütlichkeit reinbringen möchten, so etwas zum Beispiel. Oh, das ist gemütlich. Stellen Sie das doch ganz einfach mal hier entsprechend mal an den Tisch oder dort, wo Sie gerade zu Abend essen, vielleicht auch draußen auf Balkon oder Terrasse, wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist einfach eine unglaubliche Freiheit, eine unglaubliche Flexibilität, die Sie damit haben. Ich hole mal ein ganz beliebtes Programm hier. Und das werden Sie vielleicht kennen. Sehr wahrscheinlich werden Sie es kennen, sonst würden Sie wahrscheinlich gerade ein anderes Programm als genau dieses hier schauen, beispielsweise unser Livestream von Pöll TV. Diana, ich darf dich bitten, uns mal zu demonstrieren, wie das vielleicht auch mal zu Hause ohne einen Anschluss, einen Fernsehanschluss im Schlafzimmer aussehen könnte. Also genau wie bei mir, ich glaube, wie bei anderen Menschen, wir haben nicht so gerne Fernseher im Schlafzimmer. Aber natürlich, du möchtest auch vor dem Schlaf so, bei mir das geht maximum 20 Minuten, aber ich gucke meine Lieblingsserie mit normalerweise mit Laptop, dann Laptop bei mir schon einmal runtergefallen. Aber hier können wir was anderes machen. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu hoch für dich, oder? Ja, ja, ein bisschen tiefer. Dann schiebe ich noch etwas runter, so. So nach rechts. Noch etwas mehr abklappen. So, super. So ist gut. Ich komme noch etwas näher ran. Danke dir. Zack. Und so könnte das dann vielleicht auch bei Ihnen zu Hause im Schlafzimmer aussehen. Ich habe gar keinen Anschluss für einen Fernseher im Schlafzimmer, unabhängig davon, dass ich auch gar nicht unbedingt so eine große schwarze Kiste permanent bei mir im Schlafzimmer stehen haben möchte. Unabhängig davon habe ich auch gar nicht wirklich den Platz dafür, überhaupt einen Fernseher unterzubringen. Den Monitor hier, den ziehe ich mir mal ganz einfach und entspannt mal mit ins Schlafzimmer. Den nehme ich mir mal mit ins Badezimmer beim Fertigmachen, wenn ich gerade ein schönes Vollbad nehme, irgendwann im November, wenn draußen der Regen an die Scheibe prasselt. Oder ich genieße das Ganze ganz einfach mit einem schönen entspannten Programm. So kann doch mal ein schöner, entspannter Fernsehabend aussehen. Mir fehlt etwas. Was fehlt denn? So ein Snack. Ein Snack. Ich eile, Milady. Ich eile, ich eile, ich eile. So, ganz, 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 ganz wichtig, weil wir das immer wieder gefragt werden. Man muss nicht immer an den Fernseher rennen, wenn man irgendwas verändern will. Das ist natürlich ein Touch-Display, aber eine Fernbedienung kommt natürlich auch noch mit dazu. Aber hier in Handweite, in Reichweite kann man es natürlich auch direkt am Fernseher machen. Stereo-Lautsprecher sind auch schon drin für den besten Ton, oder? Selbstverständlich haben wir das Stereo-Lautsprecher mit drin. Und wenn Sie möchten, können Sie richtig aufdrehen. Aus tontechnischen Gründen lassen wir das hier im Studio ganz einfach mal leise, damit Sie uns jetzt hier quasi in der Präsentation besser verstehen können. Aber Sie merken wahrscheinlich, warum Ralf von der Sensation gesprochen hat, warum ich hier auch davon spreche, dass das wirklich Spitzenklasse ist. Denn das Entertainment, oder Sie müssen jetzt nicht mehr zum Entertainment gehen, sich immer nur an Ihren Platz von mir aus im Wohnzimmer auf das Sofa setzen. Sie nehmen das Entertainment ganz einfach dort mit hin, wo Sie es hinnehmen möchten. Raus auf Balkon oder Terrasse. Ins Badezimmer, bei einem schönen Vollbad. Wenn Sie sich fertig machen. Wenn auch immer Sie das möchten, auch gerne mal auf dem stillen Örtchen, so banal wie das klingen mag. Sie können das gute Stück mit ins Schlafzimmer nehmen, mit ins Arbeitszimmer. Sie können bei Ihrem Lieblingsprogramm jederzeit ganz einfach bügeln in Ihrem Hauswirtschaftsraum. Und meine Herren, wenn Sie was zu basteln haben und Sie möchten nicht dauernd auf so ein kleines Video schauen, so ein YouTube-Tutorial, wie man denn jetzt irgendwie den Rasenmäher repariert oder am Auto was repariert, sondern Sie möchten das Ganze auf fast 82 Zentimeter Bildschirmdiagonale haben, dann machen Sie das entsprechend hier. Ist das nicht großartig? Was suchst du, Diana? Ich spiele hier. Du spielst ein bisschen rum. Sudoku, ja. Auch das ein Thema. Ja. Wollen wir den Leuten das mal zeigen? Pass mal auf. So sieht das Sudoku aus. Ich drehe es mal zu Ihnen. Jetzt müssen wir die Kamera eigentlich mal ein bisschen aufdrehen, weil das ist mir noch viel zu klein. Echt? Ja, das ist viel zu klein, das Bild. We can do it better. Das mache ich dir ganz einfach mal groß. Zack. Oh mein Gott. Ist das besser? Das ist viel, viel besser. Das ist schon fast wie ein Flipchart, wie man das normalerweise aus dem Büro heraus kennt und ich darf mal anmerken, da werden jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten eine Lesebrille brauchen. Sie merken eine kleine Sensation, auch über HDMI oder USB können Sie gerne externe Inhalte andocken. Sie haben 64 Gigabyte eingebauten Speicher, hochauflösendes Bild und ein Entertainment, das Ihnen folgt. Sie müssen nicht mehr irgendwo im Wohnzimmer den Fernseher laut machen, damit Sie im Badezimmer nicht glauben, Sie sind irgendwie allein oder es ist zu ruhig in der Wohnung. Nehmen Sie das Ganze doch einfach mit. Schauen Sie beim Kochen Ihre Lieblingsserie oder egal wo Sie sich aufhalten, Ihren Lieblingsfilm, Ihr Lieblingsfernsehprogramm, dafür ist das Modell ganz einfach da. Wir haben es aktuell noch 100 Euro günstiger als bei den Kollegen von Pearl.de, aber es geht um die letzte Handvoll an Exemplaren, die wir noch für Sie bereithalten. Deswegen bitte schnell sein. Ja, da sehen Sie auf Pearl.de immer noch sehr günstige 999,99. Aber Ihr TV-Sonderpreis, den sehen Sie auch eingeblendet. 100 Euro günstiger, 899,99 Euro. Kommt im Moment noch ohne Verzögerung und natürlich auch Porto und Versandkosten frei zu Ihnen. Es ist wirklich die Revolution. Man muss sich nicht mehr am Fernseher orientieren, sondern der Fernseher orientiert sich an einem und selber, ich könnte mir auch vorstellen, dass Du am Kochen bist und trotzdem nebendran Deinen Monitor hast für Kochrezepte oder auch für die Lieblingsserie, ohne dass dann das Essen anbrennt. Das ist doch auch ein Riesending. Gestern Abend, am letzten Sonntag, habe ich mir den Tatort anschauen wollte. Ich fand ihn sehr spannend, öffentlich-rechtlich, macht aber leider keine Werbung. Zum Glück bin ich normalerweise versucht zu sagen. In dem Fall war es so spannend, dass ich mir irgendwann dachte, ich wollte mir doch eigentlich noch schnell mal eine Stulle schmieren. Ich bin in die Küche gelaufen, habe den Fernseher im Wohnzimmer aufgedreht, meine Nachbarn haben wahrscheinlich gedacht, der hat sie nicht alle. Jetzt gehen Sie ganz einfach hin und nehmen den Fernseher mit. Egal, ob Sie jetzt mal eben schnell eine Knifte schmieren oder ob Sie sagen, ich koche jetzt ganz einfach, Sie können dabei Ihre Lieblingsserie genießen. Oder eine Runde spielen, beispielsweise auch mal mit den Kindern. Wir haben auch mal so eine Art Montagsmaler da mitgespielt. Das ist ein vollwertiger Touch-Bildschirm, der über Berührung zu bedienen ist oder natürlich mit der Fernbedienung. Beim Fußball ist ja genau der Moment, wenn Du was zu trinken oder was zu essen holst, der, wenn ins Tor fällt. Ganz, ganz wichtig. Lassen Sie Sie nicht so weit kommen. Holen Sie sich diese Revolution. Noch ist er lieferbar. Die Bestellnummer ist die ZX5592. Und die 569, der Preis, noch mal gerne erwähnt, weil er so günstig ist, 899,99 Euro. Also keine Zeit verlieren. Noch ist er lieferbar, aber das wird nicht mehr lange so sein. Also ran ans Telefon.